es war offensichtlich flamettis ehrgeiz aus der premiere dieser indianer einen festzug zu machen ein ruhm und gedenkblatt für sich und das ganze ensemble wer weiß was für intentionen mehr er damit verbannt was für erbauungen und hintergedanken so viel sorgfalt wie auf dieses ensemble hatte er noch auf keins verwandt so viel aufwand und wichtigkeit waren kaum zu erklären ein plakat ließ flametti entwerfen von einem ersten maler der fuchsweide darauf stand in majuskeln die indianer abgebildet war flametti als häuptling feuerschein in vollem federnaufputz rothaut über und über mit ohrringen funkelaugen und einer kette aus bärenzähnen darunter aber stand alleiniges aufführungsrecht flamettis varieté ensemble hin ging max zu herrn fournier dem vorstand der eisenbahnerkapelle und fragte ihn ob er bereit sei mit fünfzig mann blasorchester zur stelle zu sein und welche konditionen vorsprach flametti beim beitzer und legte ihm den gedanken nahe um freinacht und tanz einzugeben bei der polizei was herr schnabel zwar überrascht aber bereitwillig versprach er hatte ja keine ahnung und zur festgesetzten stunde traf flametti herrn rotter im terrassencafé der rotter war elegant wie immer er las gerade die daily mail ob er das konnte ob das nicht getue war lud flametti mit einer raschen geschickten handbewegung ein platz zu nehmen setzte den kneifer vor seine liedlosen entzündeten augen rieb sich die nase und zügte das manuskript aus der mappe flametti bestellte ein pilsner und dann befummelten sie die affäre also sieh her flametti sagte herr rotter das ist der dreck dabei wog er das manuskript auf der hand flametti beugte den oberkörper herunter aufs knie und rauchte zigarre also es ist so die delawaren du machst den feuerschein die anderen die weiber fünf stück machen die bande ausstattung fellkostüme wie gesagt lanze tomahawk kopf auf putz musik c dur beleuchtung rot einstudieren musst du es selbst hier ist der text flametti bemerkte sofort daß herr rotter eile hatte und beeilte sich seinerseits aus der brusttasche einen fünfzig frankenschein in bewegung zu setzen der als honorar vereinbart und von mutter dudlinger mit riskierender teilnahme vorgestreckt worden war hier sagte flametti indem er den schein auseinander faltete jeder arbeiter ist seines lohnes wert ah was bagatelle sagte herr rotter und steckte den schein nachlässig in die rocktasche flametti hatte sofort das gefühl der ist das einheimsen gewohnt und erinnerte sich jener erstaunlichen fertigkeit mit der herr rotter im germania kabarett die pausen füllte durch selbstverkauf seiner gesammelten werke flametti nahm das ensemble jetzt an sich mit beiden händen und begann zu lesen na kannst es zu hause in ruhe studieren meinte herr rotter es klappt sei versichert und intonierte probeweise die erste strophe flametti gingen die augen über vor bewunderung die letzten von dem stamm der delawaren die kriegerscharen der delawaren ausschritten die rhythmen in gravitätischer folge flametti fühlte wie seine nase schärfer wurde energischer eine adlernase seine augen kühner verwegener sprühend er fühlte die lanze in seiner faust die federbüschel liefen ihm kalt über den rücken hinunter sein unterkiefer schob sich vor in bestialischer vehemenz der ober beladen mit einem pack zeitungen und einem kaffee creme schlängelte sich zwischen den tischen hindurch und stieß an den stuhl flametti wäre ihm knapp an die gurgel gefahren so schreckte es ihn aus der illusion klappt alles unbesorgt versicherte rotter hören sie zu sagte flametti ich hab ein plakat machen lassen die indianer großartig imposant dreißig franken beim lämmerle kennst ihn doch schon gut mach was du willst mit dem dreck sagte herr rotter und drückte den klemmer fest ist ja nicht mein beruf macht man so nebenbei schau meinte flametti treuherzig und verlegen mich packt's muss nicht so sprechen mir tut's weh mich freut's halt akkurat weil du mir die indianer gemacht hast siehst du ich hätte dir auch einen hunderter gegeben wenn du's verlangt hättest rotter kraulte sich mit dem taschentuchzipfel im nasenloch und sah über den kneifer weg flametti an als traue er seinen ohren nicht wirst mal sehen meinte der wenn die beleuchtung dazu kommt musik reklame der ganze klimbimm und er versuchte durch gleichzeitige anspannung aller gesichtsmuskeln wackeln der ohren vorgeschobenen unterkiefer hochziehen der brauen einen begriff zu geben von der schlagkraft der dinge die dann kommen würden apropos behielt rotter sich vor bei der hauptprobe will ich dabei sein damit ich auch sehe was ihr draus macht sowieso beruhigte flametti und um zuverlässig zu beweisen dass das ensemble in guten händen sei fünfzig mann blasorchester und nahm einen tiefen schluck pilsner das ist alles nichts meinte rotter wenn ihr den schick nicht trefft wenn das gewisse etwas fehlt es kommt versicherte flametti da ist das wort zuviel na wollen mal sehen schloß rotter und griff nach der daily mail flametti fühlte sich unbehaglich zahlen rief er hab's pressant und der kellner kam und flametti reichte herrn rotter indianisch die hand sagte salut und merci und ging ein unerhört despektierliches wort unterdrückte er als er das lokal verließ zu hause aber warf er sich auf sofa und las las mit immer wilderem entzücken immer hellerer begeisterung las das ensemble von a bis z ertrank darin ritt galoppierte rasselte tobte donnerte blitzte und fluchte strahlte und weinte lachte und staunte setzte sich hin und schrieb mit kalligrafischen lettern silbe klar an silbereihend er war ja der sohn eines lehrers die rollen heraus sprechproben wurden angesetzt ensembleproben die rollen wurden verteilt persönlich probte flametti vor dem spiegel probierte mit den mädels teilte ohrfeigen aus rannte köpfe an die wand schrie brüllte und fluchte konnte gar nicht worte genug finden sein erstaunen über die borniertheit dieser weiber jenny und die soubrette mit eingeschlossen kund zu geben es ging denn auch rapid vorwärts nach drei tagen saß schon der text nach weiteren drei tagen saßen auch die bewegungen auf und umzug des ensembles auf der bühne was hatten die armen weiber alles für vorstufen durchzumachen bis sie wirkliche richtige echte indianer waren kalb ochs esel säbelbeiniges frauenzimmer schmärbauch mistvieh bauer was alles mußten sie anhören in hartem ringen um die kunst und erst die bewegungen bis die saßen links 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 herum stoffel fuhr die lanzen hoch den tomahawk runter aufs knie um mich herum vor mich ich beschütze euch apotheose verklärung verklärte augen sollst du machen mistvieh damisches und die musik bis die saß hörst du denn nicht sperr deine löffel auf wozu hast du denn deine windfänger die nasenlöcher kannst du auch aufsperren den allerwertesten werd ich dir treffen wenn du nicht aufpassen willst himmel herrgott sakrament sperr deine ohren auf aber dann ging's auch wie am schnürchen nach sechs tagen und alle waren des lobes voll und bekamen allmählich geschmack an der sache und machten die bewegungen von selbst auch bei tisch beim zu bett gehen beim morgenkaffee im hemd und in unterkleidern sangen und pfiffen und trellerten die musik vor sich hin die herr meier feinsinnig aufgefasst hatte und kongenial wiedergab und flametti studierte solo mit meier ein den auftritt des häuptlings unten in der musik muß es donnern und blitzen brrrr brrrr worgeln und tremulieren dann muß die rechte hand höher laufen feuerschein kommt von links spät durch das kulissenfenster der bauernstube drohend erschreckend in hohem dämonischem federschmuck mit der lanze kommt dann heraus auf die bühne vorsichtig schleichend verfolgt den kopf spähend vorgestreckt die halsmuskeln gespannt den tomahawk mordbereit verschwindet unter donner und blitz der musik in der kulisse rechts es beginnt das eigentliche ensemble c dur andante mächtig und breit auf dem kriegspfad die letzten von dem stamm der delavaren die kriegerscharen der delavaren dann haben zu singen die weiber mit vorstellender handbewegung zu flametti gewandt der tapfre häuptling feuerschein und flametti antwortet mit stolz erhobenem haupt und gestrafften zügen mit seinen wilden mägdelein dann tutti zum publikum gewandt mit dargebotener rechten entbieten euch die freundeshand zum gruß schlagt ein an den türken dachte flametti nicht mehr seit er indianer geworden war aus dem opiumhandel war nichts geworden desto besser wenn nicht dann nicht hieß es in einem couplet der soubrette dafür hatte flametti jetzt selbst einen harem und gewissenhaft war er darauf bedacht seiner illusion greifbarkeit zu verleihen einteilte er seinen wigwam in drei gemächer in der mitte die stube wurde das häuptlingszelt wo man beratung pflog botschaften empfing mahlzeiten einnahm siesta hielt das schlafzimmer rechts davon ward zum gemach der obersten lieblings und hauptfrau der bretter verschlag links kämenate der favoritinnen und nebenfrauen das ideal in der mitte gelegene hauptgemach erregte zwar den heftigen und unverhohlenen widerspruch der lieblings und hauptfrau aber flametti ließ sich nicht beirren und bald hatte er es denn auch dahin gebracht den begriff seiner männlichen würde und überlegenheit von den kebsweibern akzeptiert zu sehen und es war ein zwar ungewöhnlicher aber in seiner totalität strammer anblick für mutter düttlinger eines tags den häuptling in vollem kriegsschmuck zu finden beim anprobieren der fertigen fransen hosen um ihn herum die haupt und die nebenfrauen hockend mit herstellung kleiner roter lämpchen beschäftigt die dazu bestimmt waren von den delawaren auf dem kriegspfad an langen schnüren als beleuchtungskörper geschwungen zu werden herr schnabel der wirt hatte sich nämlich das bengalische pulver verbeten des unbändigen gestangs wegen den die beiden feuerwerker schon auf der probe damit hervorgebracht hatten solcherlei zurüstungen konnten der konkurrenz nicht verborgen bleiben der neid war grenzenlos die versuche flametti das wasser abzugraben gingen ins lächerliche pfeffer zeigte an die exzentrische schwiegermutter oder eine nacht am orinoco posse in drei akten einen absonderlichen alten onkel mit botanisierbüchse und rotem regenschirm sollte fräulein mary singen eine zwar nicht mehr jugendliche aber sympathische darstellerin von der jenny beruhigt voraussah dass sie mit ihren beinen eines alten kaläschengauls abgewetzt knollig und dürr notwendig müsse fiasko machen ein anderer direktor begann ebenfalls indianer einzustudieren die er komanschen nannte so dass flametti sich genötigt sah unter das plakat des herrn lemmerle noch setzen zu lassen jede nachahmung verboten wer die indianer nachmacht wird gerichtlich verfolgt den vogel aber schoss ferrero ab unter zu hilfenahme maßloser reklame zeigte er an lulu kruck könig aller bauchredner man lacht 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 krampf lachte flametti macht er ja selbst flamettis selbstgefühl erreichte den gipfel und als eines tages die zusage des herrn fournier eintraf wegen der fünfzig mann blechmusik als herr schnabel die erlaubnis vorzeigte für freinacht und tanz als endlich die hauptprobe angesetzt werden konnte da fand er sogar den mut dem rotter die spitze zu bieten und das war gut denn um ein haar wäre durch rotters provozierendes benehmen noch auf der hauptprobe alles gescheitert haltlos ironisch wie es seiner gemütsart entsprach kam herr rotter am tage der hauptprobe an in lackstiefeletten und streifenhosen den koks keck auf den kopfwirbel geschoben dandy genießer und zyniker nun man los rief er indem er sich vorn an die bühne platzierte arme und beine verschränkt an den wirtstisch gelehnt hoch mit die röcke rief er dem vorhangbedienenden engel zu schnodderte er die kellnerin an die ihn nach seinem belieben fragte flametti verstand nicht wie sich ein mensch seinem eigenen geistesprodukt gegenüber so heillos frivol benehmen könne ihn schauderte doch er versuchte gute miene zum bösen spiel zu machen und schwieg als aber der auftritt kam die letzten von dem stamm der delawaren die selbstverfaßte häuptlingsovertüre unterdrückte flametti in einer anwandlung von unsicherheit als also der auftritt kam und herr rotter in ein prustendes gelächter ausbrach und als infolge der höchlichen laune des herrn autors auch die fellgegürteten weiber auf der bühne anfingen die sache lustig zu finden da riß flametti die geduld auf den hacken drehte er sich vor wut wie ein kirrender hahn die lanze stieß er auf den boden daß das bauernhaus rechts und die renaissance landschaft im hintergrund ins wackeln gerieten hochrot wurde er im gesicht wie ein puter und er schrie mit drosselnd erhobenen händen im dialekt seiner heimat über die rampe hinunter wellet es sich nit einen augenblick auf ihre vier buchstaben setzen herr dichter nur einen augenblick wenn es gefällig ist sie sehen doch daß hier gearbeitet wird der rotter war ganz überrascht das war ja eine unglaubliche frechheit von diesem flametti was fiel dem eigentlich ein das war doch die höhe hoch hob er sein stöckchen fitzte es durch die luft und rief auf die bühne hinauf sie hören sie mal hab ich mit ihnen vielleicht mal die schweine gehütet oder hab ich ihnen das ensemble geschrieben das frauenzimmer dort mit der gurkennase ist doch unmöglich das frauenzimmer mit der gurkennase war fräulein rosa und flametti sah hin und stand einen moment lang betroffen ich hab das ensemble doch gottverdammig für hakennasen und nicht für himmelfahrtsnasen gemacht er schlug mit dem stöckchen c dur an und rief na mal weiter aber flametti war jetzt die lust vergangen lassen sie das klavier in ruh schrie er herunter und fuchtelte mit der lanze was fällt ihnen eigentlich ein sind sie hier direktor oder ich herrotter jedoch wurde auffallend ruhig nahm sachte sein stöckchen von den tasten rückte die mütze zurecht und sagte hören sie mal wenn sie glauben sie botokude mich für ihre fünfzig franken hier anschreien zu können dann sind sie im irrtum und sie rief flametti stellte die lanze hin und sprang in vollem häuptlingsschmuck über die bühne herunter machen sie daß sie rauskommen raus ich habe genug von ihnen und da herr rotter als antwort hierfür nur ein spöttisches grinsen hatte die stirnhaut hochzog die ohren bewegte und den blöden spielte packte flametti den patron am ärmel und spedierte ihn höchstpersönlich durch das lokal zum buffet wo herr schnabel automatisch und ohne zu fragen sich seiner annahm und ihn im hinblick auf seine moralische zweideutigkeit vor die türe setzte nachdem der dichter entfernt war ging alles glatt von vorne von vorne und noch mal von vorne bis daß es saß ende von abschnitt sieben gelesen von eva k abschnitt acht von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel eins am siebzehnten fand die premiere statt schon am frühen morgen herrschte im hause flametti beträchtliche aufregung es war noch nicht sieben uhr früh als sich die frauen aus dem favoritinnen gemach schon stritten um das vorrecht für diesen ehrentag flametti feuersteins stiefel putzen zu dürfen fräulein traute hatte sich im lauf der letzten tage das reinigen der häuptlingsstiefel zu ihrer ganz besonderen domäne gemacht kaum regte sich in der frühe das erste gurren und flattern der turteltauben so sprang sie schon aus dem bett hin zum gemach der hauptfrau vor dessen türe die knöpfelschuhe der frau und die zugstiefel flamettis in trunken übernächtiger kameradschaft beisammen standen nahm die häuptlingsstiefel weg ließ die hauptfrau stiefel stehen und rannte in die küche nach dem putzzeug um den beiden anderen favoritinnen zuvor zu kommen heute aber hatte sie sich verrechnet denn während sie in fliegendem negligee zu der schlafzimmertür rannte rutschte auch fräulein rosa über die bettkante herunter und eilte hinaus in die küche um bürste und putzzeug an sich zu nehmen güssi aber die im nu zurückbleibend die chance des kommenden streits berechnet hatte langte sich ihre beinkleider und zog sich an fieberhaft ihr temperament war stiller phlegmatischer heiß aber so viel wußte sie angekleidet würde sie bei einem streit vor ihren im hemd stehenden rivalinnen im vorteil sein der streit ließ nicht auf sich warten unter der tür zwischen esszimmer und küche begegneten sich traute und rosa die eine mit den stiefeln die andere mit bürste und creme güssi knöpfte sich gerade die spangenschuhe zu gib die stiefel her rief rosa sie gehen dich nichts an ich bin länger im hause als ihr sie wollte sich gerade heute ein vorrecht nicht nehmen lassen auf das sie früher gerne verzichtete aber traute dachte nicht daran die stiefel aus der hand zu geben hast du sie gestern gewichst hast du sie vorgestern gewichst verstehst du überhaupt was davon fütter deine tauben güssi lachte aber rosa hatte keine lust zu weitschweifigen auseinandersetzungen gib sie her rief sie entrüstet und klopfte der traute die wichsbürste auf die nase güssi kam näher aus dem latten verschlag lachend die stiefel fielen zu boden die wichsbürste ebenfalls die creme rollte unter den schrank traute und rosa kriegten sich bei den haaren in diesem moment aber klopfte es und hereintrat frau schnepfe aus basel sie war mit dem frühzug herüber gefahren um ihre visite zu machen ihre affären zu erledigen und abends zur premiere zu kommen guten morgen sagte sie freundlich und stand unter der türe bin ich hier recht bei flametti ah die frau schnepfe rief rosa freundlich überrascht und ließ ihre partnerin los ja ja natürlich sind sie hier recht setzen sie sich frau schnepfe und lachte sich tot güssi nahm die stiefel und das putzzeug an sich traute war in den verschlag geflüchtet auch rosa kichernd hinter dem spalt der latten türe beeilte sich einen rock anzuziehen frau schnepfe war etwas befremdet von solch halbnackter tummelei der künstlerinnen musternd sah sie sich im esszimmer um hier also wohnte flametti er schläft noch entschuldigte rosa und kam die druckknöpfe schließend wieder zum vorschein dann vorstellend das ist fräulein güssi das ist fräulein traute die rieb sich mit dem handtuchzipfel die schuhcreme aus dem gesicht noch ein bisschen früh er steht immer erst auf gegen elf heute steht er wohl früher auf weil wir heut abend die indianer haben aber ich darf ihn nicht wecken gut gut sagte frau schnepfe und stand auf den schirm in der hand ich komme später vorbei grüßen sie ihn die frau schnepfe war da es ist recht verbeugte sich rosa graziös ihres stellvertretenden amtes bewusst ich werde es bestellen adieu frau schnepfe adieu dehnte frau schnepfe und ging nicht ohne im vorbeigehen einen blick auch in die rußige küche geworfen zu haben wo inzwischen fräulein therese hantierte verdrießlich und stumpenrauchend dann kam engel um acht schläft er noch ja er schläft noch wo hast du das plakat hier sagte rosa und holte das schöne plakat des herrn lemmerler aus der ecke beim spiegelschrank blieb bei herrn engel stehen und lachte ihn an auch die beiden anderen kamen näher und lachten engels milde augen waren wolfsaugen geworden das ist ein plakat was sah er sich nach den weibern um als hätte er das plakat selbst gemacht rosa lachte güssi kicherte verschämt sie kannten doch flametti und wenn man das bild ansah wo er so feierlich aussah als indianer wie sollte man da nicht lachen aber traute lachte nicht sie fand es dumm da zu lachen was gab es da zu lachen gar nichts gab es da zu lachen sie ärgerte sich über diese gänse diese rosa diese trulle was die schon davon verstand das ist doch nur für die reklame er hat ein geschäft der flametti das ist das indianerspielen das macht ihm spaß und wenn er ein plakat machen läßt ist's schade daß es nur ein brustbild ist daß nicht auch die beine drauf sind mit den fransenhosen und die stiefel und man muß froh sein wenn man ihm die stiefel putzen darf damit er sich freut und wenn er manchmal verrückt wird und toll zuschlägt dann ist das auch nicht so schlimm weiber brauchen das sonst werden sie frech man sieht's ja und wenn er einen anfasst dann ist's als ob einem hören und sehen vergehen und man möchte am liebsten zurückschlagen weil er sich gar nicht geniert und sich nichts draus macht das ist schon ein aas dieser flametti und sie sagte es ganz laut ein wenig schmollend und sehr verliebt das ist schon ein aas dieser flametti rosa krähte vor übermut und sah die unglücklich im fensterwinkel sitzende traute förderlich an die hatte es mächtig güssi aber still und heiß hatte ein geschäker mit dem engel angebahnt sie hatten ihre hände zum tricktruck ineinander gesteckt und güssi lang wie sie war versuchte den schmächtigen ausbrecher könig unterzukriegen rosa hielt versunken das plakat vor sich hin und traute kam näher und warf dem tapferen häuptling feuerschein singend einen handkuss zu indem sie theater machte aus ihrer verliebtheit und rosa fiel ihr um den hals und tanzte mit ihr im zimmer herum lass los güssi meinte engel ernsthaft hab keine zeit muß weiter das plakat aushängen frau schnepfe war da rief rosa aus basel ja aus basel fein wird's heut abend die letzten von dem stammen der delawaren sang traute mit übertriebenen gesten die ihr im ernstfall gewiss nicht so leicht gefallen wären ja frau schnepfe war da quittierte engel und das ist auch eine neuigkeit daß die häsli nicht singen wollen herr häsli will den schackerl nicht machen weil's ihm nicht passt ach der maulte rosa gegen engel was der nicht alles weiß und sie intonierte schackerl schackerl trau die nett was sie auf der probe gehört hatte und kopierte dabei frau häslis neckische vortragsart überhaupt die weiber waren außer rand und band schon so früh am morgen und engel warnte wenn ihr mal nicht andere augen macht ehe es abend wird und engel schickte sich an zu gehen das plakat unterm arm nebst den beiden bildertafeln die er sich selber langte und auf denen die mitglieder des flametti ensembles in ihren entbötigsten privat und theaterposen fotografisch zugegen waren engel rief flametti dessen nackter kopf an der schlafzimmertür erschien und die mädels fuhren auseinander ja max drehte engel schon bei der treppe noch einmal um komm mal her rosa nahm güssi die stiefel ab und stellte sie schleunigst an die tür traute rief durch den schalter therese den kaffee güssi nahm schleunigst die tischdecke weg und deckte den kaffeetisch engel folgte flametti ins allerheiligste was gibts fragte flametti plakate holen berichtete engel sonst was flametti war wieder ins bett gestiegen guten morgen jenny machte engel seine referenz nein sonst nichts ja doch die häsli machen solchne zicken er ist ganz blutig gekratzt und will nicht singen sagt er engel bipperte heftig wie immer wenn er solchne hiobsbotschaften zu bringen hatte was will er setzte flametti sich auf na weißt du begütigte engel es paßt ihm nicht er ist doch gestern zurückgekommen vom militär und es paßt ihm nicht daß die alte das lied ausgesucht hat mit dem schakal was ist das setzte sich nun auch jenny auf indem sie das hemd über der schönen vollen brust zusammenzog na du weißt doch jenny erklärte engel sie kratzen sich doch immer und nun ist mir der häsli schon früh um sieben wie ich von der annie kam auf der straße begegnet ganz zerkratzt um die schnörre herum und hat mir gesagt daß er nicht singen will wegen dem trauminett und er will nicht das kalb machen gut sagte flametti häng die plakate aus er wird schon singen ich werde schon sorgen dafür daß er singt und jenny rief max geh rüber zu ihnen setz sie vor die tür hol dir ersatz hab ich dir's nicht gesagt daß sie uns aufsitzen lassen hab ich's nicht immer gesagt da hast du's aus der nachtruhe stören sie einen auf die anarchisten und max sprang aus dem bett zog die hosen an schnackelte die hosennaht zurecht und trat ins esszimmer unwirsch der kaffee stand auf dem tisch wer hat die stiefel geputzt rief er ich riefen traute rosa und güssi zugleich gut sagte flametti zog die stiefel an setzte den hut auf und stapfte davon er ging aber nicht zu den hasleys sondern begab sich schnurstracks zu fräulein mabel magora der indischen traumtänzerin rübengasse sechzehn vier die er als ersatz benötigte auch jenny stand jetzt auf gar nicht guter laune zog den blauen schlafrock über der wie ein bügelteppich aussah band ihn über dem leib zusammen und kam zum vorschein das erste war dass sie ihre ungeputzten knöpfelschuhe bemerkte sie tat als merke sie gar nichts und fragte harmlos indem sie sich zum kaffeetisch setzte wer hat meinem mann die stiefel geputzt schweigen nun werd ich's erfahren wer meinem mann die stiefel geputzt hat güssi frech und phlegmatisch ich warum weil du auch meine zu putzen hast wenn sie dabei stehen und jenny nahm die knöpfelschuhe und warf sie der güssi vor die füße na maulte güssi ich bin doch keine dienstmagd hier im hause soll doch die rosa die stiefel putzen ich bin ja als sängerin engagiert was bist du rief jenny erbost sängerin was sagst du einsperren werd ich euch nichts zu essen werd ich euch geben ich werd euch mohres lehren für die kells habt ihr augen fürs arbeiten nicht traute stand irgendwo beim fenster abgewandt und kicherte in sich hinein rosa war hinterrücks in die küche verschwunden rosa rief jenny hinaus hast du dein kleid ausgebügelt nein noch nicht antwortete es von draußen du bügelst dann dein kleid aus therese soll die eisen einlegen und dann tragt ihr die kostüme rüber in die garderobe traute bekam einen einfall sie ging hinaus in die küche und kam zurück mit einer teekanne na was hast denn du da fragte jenny teewasser sagte traute teewasser fragte jenny wozu teewasser ich will meine locken wickeln jenny schlug mit der hand auf den tisch und fuhr auf na da hört doch die weltgeschichte auf du bist wohl ganz und gar übergeschnappt locken jetzt um neun uhr vormittags und aus meiner teekanne deine dreckfinger willst du in meine teekanne stecken aus der ich tee trinke aber traute fand das gar nicht absonderlich weder daß sie sich locken wickeln wollte noch daß sie flamettis teekanne dazu nahm sie ging deshalb ruhig weiter mit der teekanne nach dem verschlag um ihre lockenwickler aus der schieblade zu nehmen jenny hatte sie aber auch schon eingeholt her mit der kanne schrie sie raus damit in die küche traute hielt fest gibst du die teekanne her du mensch schrie jenny sie zerrten sich hin und her bis die hand der kräftigeren jenny mit der teekanne hoch in die luft fuhr daß das wasser spritzte ich will dir locken geben du gehst mir nicht aus dem haus heut und kommst mir mittags nicht an den tisch pah rief traute was ich mir draus mache herr flametti hat darüber zu bestimmen er wird mich schon rufen hier drinnen bleibst du schrie jenny außer sich versetzte ihr einen stoß schlug die türe zu und schloß ab therese rief sie zum schalter die bekommt heute nichts mehr zu essen und wehe euch rief sie den beiden anderen zu wenn ihr ihr was zusteckt ich will euch zeigen wer hier meister ist vom verschlag her hörte man traute trommeln und dazu singen der tapfere häuptling feuerschein mit seinen wilden mägdelein in einem eigensinnig verliebten rhythmus so sagte jenny na ward's nur ab güssi hatte mittlerweile das handtuch aufgehoben mit dem traute sich die schuhcreme aus dem gesicht gewischt hatte und versuchte in einer anwandlung von solidarität es verschwinden zu lassen aber jenny bemerkte gerade daß das handtuch hinter die gardine fiel und rief gib nur her was du dort verschwinden lassen willst was ist denn das güssi zögerte her damit schrie jenny und riß es ihr aus der hand wo kommt dieser fleck her therese jammerte sie diese schlampen haben mir das ganze handtuch eingeschmiert jetzt kam auch fräulein therese herein mein gott verwunderte sie sich was ist denn jetzt das aber nein das ist doch zu viel und ihr gesicht wurde lang wie ein leibbrot therese die bringen mich ganz herunter die ärgern mir die schwindsucht an den hals rosa jetzt sag mal du wandte jenny sich an die auf das jammergeschrei hin ebenfalls wieder hereingekommene rosa ich kann nichts dafür versicherte die ich hab der traute die bürste auf die nase geklopft und sie hat sich die nase ins handtuch gewischt so und warum das weil sie mich aufzieht weil sie mich hänselt sie sagt ich hätte was mit ihrem mann gehabt in der garderobe und das lass ich mir nicht gefallen ich hab nie was mit ihrem mann gehabt aber sie hat sich knutschen lassen hab ich selbst gesehen sie ist ja ganz verschossen in ihn und die güssi hat's auch gesehen hast du das gesehen ich habe nichts gesehen meinte güssi apathisch was geht es mich an jawohl hast du's gesehen fuhr rosa sie an bist ja selbst eifersüchtig auf ihn bist du's vielleicht nicht pah warf güssi weit weg eifersüchtig raus in die küche schrie jenny und packte eine nach der anderen beim ärmel ihr sollt mich kennenlernen da ging auch fräulein therese wieder hinaus stumpenrauchend und schloss die türe hinter sich und schritte ließen sich vernehmen auf der treppe und raffaela kam die tänzerin tochter von donna maria josepha mit ihrem kind der kleinen lotte die bamsig und fett an der hand ihrer mutter wackelte duten morgen dehnte raffaela bamsig und fett im ton ihres kindes sag schön duten morgen lotte wir haben unsern zirm stehen lassen neulich und wollen ihn wiederholen die da holen wiederholte raffaela phlegmatisch ach raffaela klagte jenny ich bin ganz unglücklich gut daß du kommst setz dich trink ne tasse kaffee tasse taffee wiederholte lotte denk dir fuhr jenny fort diese menscher sie stellen mir das ganze haus auf den kopf heute abend haben wir doch die indianer und zu haus geht alles drunter und drüber locken brennen sie sich am hellen vormittag der einen hab ich ohrfeigen gegeben die heult draußen die andere hab ich eingesperrt hinter meinem mann sind sie her seit diese indianer ins haus kamen hab ich keine ruhige minute mehr er ist der häuptling feuerschein verstehst du und sie sind seine mägdelein sein harem er hat sie in der kur alle drei und sie trumpfen auf sie lassen sich nichts mehr bieten von mir sie werden frech was mach ich nur raffaela war sprachlos fand aber so viel besinnung lotte kaffee einzugießen und brote zu streichen nein tat sie verblüfft sowas geh jenny sie ist nicht möglich seine mägdelein krähte sie nein sowas sie schienen für flamettis romantik noch weniger sinn zu haben als jenny geh lach nicht sagte die er hat sie in der kur ich weiß es ganz genau und sie trumpfen auf das werden wir schon sehen sagte dieser fetzen die traute sie weiß dass er ihr die stange hält mit der teekanne kommt sie an gerade vorhin und will sich locken wickeln meine handtücher schmieren sie mir ein die betten zerschneiden sie mir die vorhänge reißen sie mir herunter na das ist doch die höhe war raffaela paff vor erstaunen und setzte die geleeschnitte ab die sie gerade in den geöffneten mund schieben wollte ja läßt du dir das gefallen was soll ich denn tun er kommt mir ja nicht mehr nach haus er läßt sich ja nicht mehr blicken er verspielt ja das ganze geld sechshundert franken hatten wir auf der kasse alles ist fort auto fährt er mit ihnen ins kino führte sie er ist der häuptling feuerschein und sie sind seine trullen mit der soubrette hat er auch was vor zwei stunden ist er weggegangen heut nachmittag kommt er zurück und hier geht alles drunter und drüber der engel hat die plakate noch nicht abgeholt und jetzt ist es zehn die häsli wollen nicht singen heut abend und wir haben doch niemanden kein geld läßt er mir für die haushaltung und mutet den leuten zu sechsmal fisch zu essen in der woche natürlich laufen sie weg raffaella schüttelte den kopf ob solcher unglaublichkeiten ja jenny ist denn das möglich ach du hast ne ahnung seufzte die wirklich mitleiderregend ganz zersprengtes gesicht ich weiß mir ja nicht mehr zu helfen ja jenny rief raffaella ich bin ja starr und jenny bemerkte wohl den erfolg der affäre und ihrer person und begann sich selber zu trösten aber laß nur gut sein sagte sie ich hab ja auch meine leute an der hand ich hab ja meinen freund aus baden heut abend kommt er in die vorstellung ich hab ja kavaliere ich brauche ja nur ein wort zu sagen brauche ja nur einen wink zu geben ich laß ihn ins irrenhaus stecken jenny aber jenny unbeirrt ich laß ihn ins irrenhaus stecken meiner seel ich schaffe mir geld beiseite und geh mit meinem freund auf und davon das schien raffaella ein wenig zu abenteuerlich ach jenny lächelte sie beschwichtigend und patschte liebreich nach jenny's hand lotteli schau wie sie eifersüchtig ist und mästete sich weiter eifersüchtig schepperte jenny und zog den blauen schlafrock mit einem rückfall in frühere schicke allüren um den leib nichts zu machen wir verkehren nicht miteinander ich bin nicht eifersüchtig ich hab ihn genommen weil er ein solcher bauer war weil er mir meine pakete trug raffaella sagte sie in plötzlichem einfall du musst mir helfen wir stecken ihn ins irrenhaus dann machen wir zusammen ein ensemble ich hab die kostüme du und lydia ihr tanzt leporello das war lydias partner wird direktor je jenny meinte raffaella du fantasierst ja beruhig dich doch und aß weiter als müsse sie selbst sich beruhigen ende von abschnitt acht gelesen von eva k abschnitt neun von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel zwei schritte auf der treppe ließen sich vernehmen flametti kam zurück er hing den hut an den nagel so sagte er das ist erledigt wenn die häsli nicht singen wollen dann tanzt die mabel wollte er sagen aber er bemerkte noch rechtzeitig raffaella und sagte dann hab ich ersatz tag raffaella es sei hier angefügt daß traute über das mittagessen nicht eingesperrt blieb dummes zeug sagte flametti das gibt es bei mir nicht bei mir wird niemand eingesperrt und fräulein traute wurde befreit aus dem karzer und kam zum vorschein den kopf über und über voll locken die sie mit hilfe von jenny's himbeersirup der im taubenverschlag auf dem schrank stand sehr kunstvoll geh und entwickelt hatte jenny war keine böse frau von natur sie war edel hilfreich und gut sie schenkte den armen und liebte ihre feinde aber sie wußte was sie sich schuldig war als flamettis weib einem solchen manne entsprach eine solche frau wenn sie in engerem kreise versicherte diese person diese traute sei nicht die erste die sie ins arbeitshaus bringe so brauchte man das nicht wörtlich zu nehmen es war ein symbol gewissermaßen für ihre anschauung daß ein mann von der kühnheit flamettis einer frau gewiß zu sein habe die gefährlich herzlos zum handeln bereit auch kanaille sein könne entschlossen eiskalt und zu jedem mittel bereit wenn es darauf ankam sich achtung und furcht zu verschaffen zum mittag kamen auch herr und frau häsli beide ein wenig zerkratzt und zerbeult aber beide voll liebe und güte und daran war nicht zu denken daß sie das schackerl nicht singen wollten im gegenteil und die fuchsweide dämmerte bucklig und winklig sank sie mit ihrem halbhundert gassen verschmutzt und im rauch ihrer herdfeuer grau in den abend die giebel zerschnitten sich hoch in der luft die häuser barsken von feuer und licht die osram und tristan kerzen die glasglühlichter und bogenlampen leuchteten auf die metzgereien und magazine und handwerksstätten glühten wie einkaufsbuden des teufels man legte die arbeitsschürzen jetzt ab in den kellern im hinterhaus in den stuben und giebeln frisierte man sich und machte toilette los gingen die grammophone orchestrione und das elektroklavier auftauchten verwegene gestalten beiderlei geschlechts vor beleuchteten spiegeln unter dem haustor und auf der straße auf ging der mond und in den konzertlokalen tummelten freundliche sängerinnen und früheste zauberkünstler bereits ihre stimmen schlechtergesellen führten den wolfshund spazieren soldaten riefen sich zu ausbündige eleganz grüßte salü hoch aus dem fünften stockwerk wie von der sternwarte weg probierte herr bonifats käsbohrer in überschnappenden tönen sein b klarinett das er mit hilfe des tagblatts nachmittags eingetauscht hatte gegen ein abgenütztes dann aufdringlich und bunt die rumänische damenkapelle begab sich zum blauen himmel ein fräulein knüpfte bekanntschaften an tiroler jodler gingen mit grünen hüten und zitterkästen ein komiker kam im zylinderhut drei schäbig gekleidete herren mit jockeymütze wollenen schal um den hals gaben beim gehen leicht ihre schultern drehend einer pompadouresk hoch aufgeputzten dame unerbetenes geleit und höllenhaft magisch radauend und zeternd die lichtreklame des krokodil entfaltete ihre chinesisch untereinander geordnete buchstabenreihe die vom dach bis zum boden reichte der ganze mönchsplatz war rot überstrahlt die benachbarten häuserfronten schienen von rotem licht halb aufgefressen die bummler passanten und zeitungslesenden gruppen der arbeiter taumelten in einer flut von licht im nebengebäude negerten los die pauke und das chinnell über der straße drüben rupften zwei rivalisierende damen einander die federn aus ich nehme meinen zauberstab zum zweitenmal in die hand schrie es aus der tulpenblüte hei wie das prasselt wie das herrlich zischt das sieht nur einer der in der hölle ist stampfte und klatschte es aus dem vaterland dort schwangen ferreros lustige teufel die zackenspieße welch wunderschöner klang tönt durch die straß entlang jetzt kommt auf er das militär in reih und glied daher wetterte es weniger diabolisch dafür preußischer aus der weiter unten gelegenen wasserjungfer wo auch fräulein kunigunde die schlangendame zugegen war weiter oben aber jenseits des platzes übertönte den lärm die wie eine weckuhr losrasselnde französische soubrette des neptun einrich laß die osen runter tu mir den gefallen laß sie bitte ganz herunter auf die strümpfe fallen unschlüssig schwankte das publikum zwischen große trommel infernalische leidenschaft kaiser wilhelm und pariser eleganz hier war was geboten hier kam man auf seine rechnung und was ein richtiger dandy war der von der welt etwas verstand entschloß sich überhaupt nicht hinein zu gehen sondern die sache mehr platonisch zu genießen als schauspiel gewissermaßen von außen als zusammenklang mit der überlegenen intelligenz dessen den die realität nur als widerspruch nicht mehr enttäuschen kann noch aber hatte die fuchsweide ihre letzte verführung nicht ausgespielt die echtheit inmitten einer welt des scheins das wunder als resultat unerhörter perversitäten von wem aber konnte man solche leistung erwarten nur von flametti man staute sich vor den breiten reklame fenstern des krokodilen da stand vor dem großen aquarium voll blaugrauer karpfen das plakat der indianer flametti als häuptling feuerschein so sah er aus so leibte und lebte er das war die synthese seiner inneren eigenschaften wer hatte ihn nicht gesehen mittags um zwölf wenn man von der arbeit kam vor der haustüre in hemdärmeln gutartig und freundlich wer hatte ihn nicht gesehen frühmorgens wenn er mit jenny vom markte kam und die markttasche trug mit den karotten er war nicht immer der furchtbare blutige zahm und umgänglich war er privatim ein friedlicher bürger viel mehr als ein menschenfresser unter dem plakat aber stand alleiniges aufführungsrecht flamettis varieté ensemble ein hieb für die herren direktoren und der satz wer die indianer nachmacht wird gerichtlich verfolgt das publikum stieß sich und drängte sich auch vor dem zweiten reklamefenster dort standen die bildertafeln und ein zweites plakat fünfzig mann blasorchester beginn acht uhr großartiges allerneustes programm tanz 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 lauter schlager es wird kassiert las es und strömte hinein ins krokodil es kam sah und strömte herr friedrich naumann kurzweg der krematorium fritze genannt einer von jenny's scharfen verehrern es kamen sahen und strömten fräulein annie nebst herrn engel welcher letzterer seinen schwarzen gehrock angezogen hatte annie sagte er es wird großartig verlass dich drauf es kamen und strömten raffaella und ihre schwester lydia sowie deren gemeinschaftliche mutter donna maria josepha nebst einer ganzen anzahl männlicher zirkusmitglieder die alle nicht zahlten weil sie artisten waren es kam sah und strömte frau schnepfe in begleitung flamettis und der hauptfrau im abendmantel des herrn koiffeur vögeli das publikum wich ehrerbietig zurück es kamen sahen und strömten zwei israelitische handlungskommis rote nelken im knopfloch der obgenannte koiffeur herr vögeli der seinen regenschirm ausschüttelte denn es regnete inzwischen und späterhin eine ganze reihe mannschaften des fußballklubs hermes drinnen aber herrschte fieber und spannung der ganze raum war verwandelt in ein gehänge blühender rosenranken künstliche lauben aus birkenruten zogen sich an der wand lang festtagskarakter trug das lokal die tische waren sämtlich mit rotgewürfelten decken belegt saftige kuchen und tortenstücke strahlten auf blinkenden nickeltellern die plattmenagen mit öl pfeffer und salz warfen gescheuert das elektrische licht unzähliger kleiner blutroter birnen zurück verschwunden war der getrocknete rand am senfnapf und so man den löffel bewegte der darin steckte heute war er nicht angeklebt es ließ sich bewegen versammelt waren bereits sämtliche damen von ruf vorne am künstlertisch wo sie heute nicht gerne gesehen war saß fräulein amalie in braunem samtkostüm mit bolero hut schon seit halb acht den zwergpinscher hatte sie auf den hohen busen gesetzt das gab ihr viel air ihre beine elastische sägmehlbeine baumelten unter den tisch und sie spielte mit einer der hängerosenranken eine zigarette rauchte sie ihr verhältnis war eisenbahner heute hatte er nachtdienst brillanten blitzen an ihren fingern die spitzigen halbschuhe aus feinstem rindsleder reichten nicht ganz auf den boden auch schien das strumpfband gerissen die braunen wollstrümpfe knäuelten sich unter den waden das hündchen aber auf seiner exponierten stelle drehte den knappen popo und konnte sich gar nicht genug tun vor freude dabei zu sein weiter drüben auf den besten mittelplätzen saßen der runzliche totenkopf und seine schwester der totenkopf war die berufenste dame der fuchsweide allabendlich gast des flametti ensembles weiß geschminkt die augenhöhlen gerötet saß ihr gesicht auf dem kropfigen hals unruhig schob sie das hinterquartier auf dem stuhl hin und her blickte sich um nach den eintretenden gästen band sich das strumpfband fester und schob währenddessen den sechsten kuchen zwischen das goldene gebiß sie konnte sich's leisten die schwester des totenkopf hatte das ledertäschchen über die stuhllehne gehängt tupfte die rote nase ein wenig mit puder und taschentuch und juckte sich mit dem linken fuß an der abgewetzten innenseite des rechten knies an der wand gegenüber bescheiden in rückendeckung hatte sich fräulein annie die freundin engels ein helles bier bestellt ihren fuchspelz loser gehängt besah sich die fingernägel aus denen sie mittels eines zerknickten streichholzes die erdkrumen zu verdrängen suchte und war sehr besorgt mit der maniküre nicht fertig zu werden bevor sich ein herr mit schottischem schäferhund der jetzt eintrat allenfalls zu ihr setzte um ihr gesellschaft zu leisten sie lächelte kopfschüttelnd als sei sie erstaunt zu lächeln konnte jedoch ihren hals nicht recht drehen weil ein vorunkel daran saß dieser vorunkel ein unglück er wanderte über den ganzen körper bald da bald dort tauchte er auf gesellte sich andern vorunkeln zu und konnte schon bald den eindruck erwecken als sei er ein ganz besonderer vorunkel annies fixe idee war er möchte von heute auf morgen am halse verschwinden und zwischen den zähnen auftauchen drum zog sie die oberlippe stets hoch und die unterlippe hing ihr vom munde weg doch jener vorunkel tat das nicht der herr trat näher und sagte verbindlich wenn sie gestatten fräulein o bitte sagte annie und nahm zugleich mit dem stuhl ihre röcke zusammen um platz zu machen und in ihr silbernes etui greifend rauchen sie eine zigarette sehr liebenswürdig sagte der fremde herr und zog das zigaretten etui näher zu sich heran herein trat fräulein frieda der hinkepott aufgetakelt in seidengrimmer mit ausgeleierter hüfte verschoben haxend ihr folgte fräulein dada in einem schneiderkleid aller feldgraue uniform nach neuestem schick der unterkiefer hing ihr sehr lang ein verfettetes dreieck mit den händen stützte sie sich im vorbeigehen langsam und sehr elegant auf die tische das feldgraue schneiderkleid machte furore alle augen sahen nach ihr auch diese beiden damen begaben sich möglichst nach vorne um in der besten gesellschaft zu sein und ein wenig zu profitieren vom rampenlicht neben der bühne aber versammelte sich das orchester des herrn fournier fünfzig mann mit schlagzeug und bastrompeten die lehrmädel jenny und die soubrette erschienen in tangofarbenen babyhängern schleifen im haar neigten die köpfe schwänzelten nickten den gästen zu und gruppierten sich um den künstlertisch engel vom vorhang aus machte verrenkt pathetische zeichen zum buffet für die beleuchtung sein gehrock flatterte hinter der bühne zog es herr meyer entfaltete die noten seiner begleitmusik und probierte für alle fälle das pedal er war auf der ganzen linie für pedalisierung ein leben ohne pedal schien ihm scheußlich und abgeschmackt flametti den herr faroli vom zirkus donna maria josepha mit vorgestreckter hand fachmännisch begrüßte wischte sich mit dem sacktuch über die stirn jenny stellte die kasse nebst zubehör auf den künstlertisch und fräulein traute den kopf wippend voll locken setzte sich plumpsend daneben herr häsli hatte eben noch zeit seine krawatte zurecht zu zupfen frau häsli den brustlatz ihrer tochter zu arrangieren dann begann's mtata mtata umba 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 und herr fournier schlug mit dem taktstock als wär's eine peitsche die musik ging denn auch merklich vorwärts nur der linke trompeter der die posaune bediente kam nicht zurecht doch das war jetzt nicht mehr von belang los ging die musik daß die schwarten knackten ptu dadadadada umba umba blies die baßtrompete in idealer konkurrenz mit pauke und schrumbass dieser schrumbass war die spezialität des herrn fournier es war phänomenal immer mehr volks strömte hinzu soldaten kamen rote gesichter silberne epauletten und saßen zu beiden seiten eines mittleren längstisches wie ruderer bei der regatta studentenwarfen mit schokoladeplätzchen verstohlen nach der festlich grinsenden rosa die von tisch zu tisch billette verkaufend gar artig die beine setzte rechts von der bühne nahe beim künstlertisch steckte fräulein güssi in eile der soubrette eine halb aufgeblühte rose ins haar herr häsli suchte die noten heraus an der kasse mit frau schnepfe saß jenny gravitätisch bonzenhaft ihrer bedeutung vollkommen bewusst die repräsentation verkörpernd neben ihr traute auch güssi und die soubrette eilten jetzt mit billetten ins publikum frau häsli trat mit dem fuß den takt zur musik toni die tochter eugte nach kavalieren da 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 um ba um ba um machte die musik sie war angekommen am ziel das stück war zu ende ende von abschnitt neun gelesen von eva k abschnitt zehn von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel drei langsamer beifall erhob sich flametti fuhr sich nervös durchs haar er schob sein röllchen zurück nahm einen schluck helles dann trat er vor und sprach meine damen und herren ich heiße sie herzlich willkommen und danke ihnen für ihren zahlreichen und glänzenden besuch ich gebe mir die ehre ihnen mitzuteilen lautlose stille daß es mir gelungen ist ihnen heute abend ein ganz besonders interessantes programm zu bieten herr generalmusikdirektor fournier mit seiner fünfzig mann starken eisenbahnerkapelle hat ihnen bereits eine probe seiner bewährten kunst vorgelegt er wird bei uns bleiben und nicht nur bis elf wie es sonst üblich ist sondern bis drei uhr denn es wird getanzt sie sagen vielleicht wie kann man hier tanzen unter den heckenrosen aber das ist gerade die kunst wir werden den frühling in herbst verwandeln durch aufgebot unserer dienstbaren geister vom krokodil und umgebung durch eine geheimnisvolle mechanik hat unser gastgeber herr hotelier schnabel es möglich gemacht im handumdrehen die hängenden gärten der semiramis in ein palais mascotte ein moulin rouge in ein tivoli zu verwandeln flametti lächelte der totenkopf warf ihm mit offenem mund befremdete blicke zu meine damen und herren fuhr flametti fort das ist ja ein schmus was ich ihnen da sage das merkt ja der dümmste das ist ja stuß aber sie sehen heute zum erstenmal hier das berühmte jodler terzett häsli aus bern dessen scherzos und herzerquickende jodlerlieder flametti sah sich nach frau häsli um ihnen einen begriff geben werden mit was für angenehmen soliden und renommierten künstlern sie es zu tun haben ich führe ihnen sodann zum erstenmal hier im krokodil unseren herrn damenimitator arista vor nur immer raus damit nur immer raus damit wozu haben wir's denn na ja flametti kam in stimmung er zitierte und gab probegesten ich führe ihnen endlich hier zum erstenmal die indianer vor verfasst von meinem freunde s t rotter konferencier und improvisator am germania kabarett meine damen und herren keine richtigen echten wirklichen indianer keine sioux apachen komanschen keiner wird mit die ketten rasseln wie auf dem jahrmarkt oder auf der mesz basel sie brauchen keine angst zu haben es schreckt nicht es passiert ihnen nichts sondern sie sehen die wirklichkeit das aussterbende volk der indianer auf dem kriegspfad die rache und die verklärung den häuptling mache ich selbst ich selbst wiederholte flametti indem er in selbstpersiflage komisch an sich hinunterstrich die musik macht herr meyer und stellte mit einer seitlichen handbewegung den pianisten vor sie werden dieses ensemble sehen und ergriffen sein sie werden uns staunend ihren bekannten rekommandieren wenn es ihnen gefallen hat sie können sich denken dass solche ausstattungspießen bei den heutigen zeiten fast unerschwinglich sind sie werden befürchten dass eine extra kassierung stattfinden wird nichts von alledem wir kassieren wie sonst ohne extra erhebung und dafür hoffe ich aber daß auch sie sich erkenntlich zeigen und ein wenig tiefer in den geldbeutel greifen besonders die galerie bei der kassierung bleibt die toilette geschlossen wir beginnen also jetzt mit dem eröffnungslied mr bobby wird ihnen so dann seinen neu einstudierten kautschuk und exzentrik akt vorführen er trat zurück freundlicher beifall erhob sich man dankte fürs arrangement sehr hübsch sagte donna maria josepha überrascht zu herrn leporello demselben herrn leporello den jenny morgens im gespräch mit raffaella als direktor bezeichnet hatte mr bobby der exzentrik mann war inzwischen ebenfalls erschienen in schillerndem eidechsenkostüm einen hellbraunen vom regen verwaschenen sommerpaletto über den schultern zigarette rauchend man diskutierte die zart gesetzte rede flamettis und stimmte allseits darin überein dass flametti in solchen sarkastisch sachlichen gängen unübertroffen sei der ausfall gegen das jodler terzet bei aller anerkennung der häßlichen leistungen bildete eine ganz besondere sensation solcherlei ausfälle liebte flametti sie erweckten im zuschauerkreis ein interesse das über die rein artistische leistung hinaus die person des artisten auch von der menschlichen seite ins auge faßte sie boten flametti gelegenheit zu privaten und häuslichen dingen summarisch stellung zu nehmen der vortrag vor öffentlichkeit und gesellschaft wurde in seinen händen ein starkes mittel die seinen an exponierter stelle im zaume zu halten frau häsli war denn auch reichlich aufgebracht flametti stellte sie ihn zur rede das war nicht nötig das haben wir nicht verdient um euch so eine blamage ich hab nun gesehen wie man mit uns verfährt ich habe nie nötig gehabt im häuschen zu sitzen das war eine anspielung auf jenny's vergangenheit na gut dass ich's weiß hastig strich sie sich die löckchen aus der stirn jenny rief sie das hätte ich nicht erwartet pfui teufel da sieht man's auch häsli fand solche manier despektierlich er spuckte aus sagte aber nichts rosa feixte es war keine zeit sich aufzuhalten fort kinder anfangen anfangen drängte flametti engel den vorhang fertig herr meyer die mädel rannten hinter die bühne flametti stürzte sein helles hinunter der zwergpinscher auf fräulein amaliens busen kläffte weil ihn amalie kitzelte die rosenlauben schwankten das publikum rückte gespannt auf den stühlen klingelzeichen der vorhang ging auf und in einer reihe standen jenny rosa die fräulein güssi und fräulein traute alle in tangokostümen rotblau grün gelb violett die schleifen im haar überflutet von bühnenlicht ein zärtlicher anblick die hochgeschminkten gesichter strahlten die fünf paar beine in farbigen seidenstrümpfen standen adrett geschlossen kadettenbeine die duftigen hänger in süßen farben stützten kokett die baumelnden lockenköpfe mehr oder weniger busen sog sich voll luft herr meyer schlug den akkord an die ziegelrot übermalten münder öffneten sich und ein frühlingsbegrüßungsmarsch erfüllte die bühne das publikum und die rosenlauben mit unternehmendem marschrhythmus freunde rasch voran laßt die becher kreisen heiter immerdar lieb und jugend preisen freude nur allein kann das leben schönen schenket kraft spendet mut macht die alten jung der beifall wurde lebhaft das orchester richtete seine instrumente und die notenblätter her für die zweite unternehmung das publikum kam in stimmung gläser klapperten stimmen schwirrten satzfragmente zerkneuelten sich im zigarettenhimmel die kellnerinnen riefen einander zu und herr schnabel legte die hand an die zurückfliehende stirn wie ein kleines dach und übersah das gewühl mehr stühle man schleppte noch stühle herbei die kassierungen kamen herein glänzend exzentrik zauber gesangs und ensembelnummern lösten einander ab in wohlarangierter steigerung zwischenmusik die kapelle des herrn fournier an der kasse aber saß einheimsend jenny mama silber und kleingeld ordnend fünf frankenscheine wechselnd die ankommenden muschelschalen ihrer kassierenden damen so distinguiert in die kasse kippend als fürchte sie sich die finger zu netzen und als fräulein amalie mit dem pinch so nebenhin fragte gutes geschäft erhielt sie die sehr reservierte antwort o ja frau schnepfe obgleich es ihrem geschäftsinteresse zuwiderlief konnte sich nicht versagen anzuerkennen wie hübsch der saal arrangiert wie interessant das programm und wie tüchtig herr fournier sei und traute nahm die gelegenheit wahr sich ein wenig zu beschäftigen indem sie frau schnepfes halsbörtchen schloß dessen mittlerer druckknopf entgegenkommenderweise verbogen war und allen versuchen ihn mit der narbe zu einem ganzen zu vereinigen beharrlichst widerstand was für einen langen hals die frau schnepfe hatte und wie sie nach wurmsamen roch mittlerweile hatte nun jenny mama ein portemonnaie da nahm eine handvoll silber tat es hinein stand auf ging zu herrn meyer ans klavier und sagte lieber herr meyer flüsternd ach nehmen sie doch mein portemonnaie zu sich bis nachher es stört mich beim umziehen ich habe keine tasche im kleid gell ja und legte herrn meyer vertraulich die hand auf die schulter und herr meyer steckte das portemonnaie zu sich ohne viel worte zu machen und wischte die schweißenden tasten ab dank ihnen sagte jenny mama puh welche hitze und streckte sich im korsett daß das fischbein knackte und setzte sich wieder zur kasse und traute stand auf unauffällig duckte sich schlicht zu flametti und raunte hastig mit fliegenden augen an ihm empor man nimmt geld aus der kasse wer jenny dann gib acht wieviel sie nimmt und traute fühlte triumph setzte sich harmlos wieder zur kasse und begann ein verlegenheitsspiel mit amaliens seiden pinch jenny fiel auf dass sie nicht von der stelle wich zieh dich um rief sie die nixen kommen ist noch zeit flegelte traute sich hin erst kommt ja noch engel kam auch mit seiner ausbrechernummer sie sehen hier eine kiste rief flametti auf der bühne und klopfte mit einem hammer eine große quadratische holzkiste ab aus solidem holz und drehte die kiste nach allen seiten stand auf dem hofe der firma maulich und kopp bis gestern kein schwindel innen fest außen fest keine einlagebretter keine vexierwand ich werde monsieur henry das war engels bühnenname in diese kiste legen engel war bereits gefesselt und in einen sack eingenäht ich werde die kiste verschließen er legte den deckel drauf sie selbst meine herren zum publikum gewandt werden die kiste vernageln eine bewegung ging vor sich im publikum mutter dudlinger kam spät doch sie kam in begleitung des ihr ergebenen herrn pips der von beruf ein student war man mußte aufstehen damit mutter dudlinger durch konnte man wurde gestört weil droben gerade der interessanteste teil der nummer verhandelt wurde man nahm ärgernis machte bemerkungen bart unwirsch setzen rief man von hinten ruhe rief man von vorne mutter dudlinger stand eingepfercht in der mitte gutmütig lächelnd popoansätze am ganzen körper gestützt auf den regenschirm vom velvethut nickte die goldne trottel vom antlitz tropfte die anstrengung am korsett stieg ihr der rock hoch weil sich der leib darunter von rechts und links eingezwängt nicht anders zu helfen wußte warum kam sie auch so spät weil sie zu den eingeweihten zählte weil sie wußte dass vor halb zehn uhr nichts von belang gegeben wurde was sie nicht kannte sie selbst meine herren betonte flametti mit ingrimmig rollenden augen und einem vielsagenden blick auf den frauenverein von dem einmal wieder die störung kam sie selbst meine herren haben gelegenheit die kiste zu prüfen den deckel darauf zu nageln jenny winkte mutter dudlinger zu unterdrückt aber deutlich hier her mutter dudlinger hier gibt es noch platz und deutete dabei auf einen freigewordenen stuhl in der ersten laube die an den künstlertisch grenzte aber mutter dudlinger blieb stehen lächelnd ob so viel güte mit dem schwitzenden zeigefinger lüpfte sie eingegergelt das samtene kopfband mit dem regenschirm gab sie erklärung sie wolle lieber an ort und stelle warten bis diese nummer vorüber sei herr pips seinerseits versuchte mit plötzlichen wohlorientierten und freudige überraschung bekundenden gesten jenny mama zu bedeuten der herr krematorium fritze säße ja ganz in der nähe und ihm dem herrn pips sei es unverständlich wie jenny mama bei der langweiligen kasse sitzen könne statt hier 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 bei dem krematorium fritze der herr krematorium fritze aber verleugnete völlig jedes interesse breitknochigen angesichts saß er finster vor seinem veltina zigarre rauchend und tat als ob er die jenny nicht sähe noch sehen wolle heimlich doch gar voll schnackelnder gedanken es ist so schwer gefühle bemerkbar zu machen am besten man tut als habe man keine noch irgendwelche absichten möglich auch daß sein ingrimmiger ernst von seinem beruf her rührte wenn man ja aus ja ein leichen verbrennt kann man nicht ohne weiteres und im hand umdrehen das gehaben finden das eine primadonna bestrickt deren in fleischeslust bebende schwanenbrust hatte er längst bemerkt somal seitwärts und wie viele fünfliewer er in der tasche hatte wußte er auch und herr pips wieder seinerseits der dies missverstand suchte herr naumann friedrich naumann hieß der herr krematorium fritze genau wie der deutsche nationalökonom diskret auf jenny mama hinzulenken ebenfalls mit gesten doch gelang es ihm nicht ein gegenseitiges verständnis zu erzielen sie sehen sagte flametti und stürzte die kiste die kiste ist völlig geschlossen wissen wir schon sagte herr pips halblaut und winkte ab mit der flachen hand die gäste seiner umgebung wußten sofort der gehört zur familie und dem war auch so herr pips war der erklärte freund der artisten häufigster gastmutter dudlingers und der flamettis er bezog einen monatswechsel von dreihundert franken es kam wie es kommen musste auch diese pièce war schließlich zu ende man machte platz und mutter dudlinger und herr pips fanden unterkunft in der rosenlaube wo sich herr pips sofort unbehaglich fühlte weil er nicht nach wunsch fühlung nehmen konnte das orchester spielte den hintenburgmarsch breit wuchtig und forsch wie es der denkungsart dieses obersten heerführers entspricht als eben mit ihrem impresario miss ranovala de singapore eintrat ein siamesisches gegenstück zu mutter dudlinger schwarz von gesicht ein zinnoberrotes mäntelchen um die schultern gehängt aufgeputzt wie ein affe und das häsli terzett sang soeben das schackerl als wie auf verabredung auch herr direktor ferrero erschien der heute abend nicht spielte einige gäste die zur bahn mußten standen auf so bekam er rasch platz abseits vom künstlertisch schackerl schackerl trau die net gingen mutter und tochter singend mit neckischem mienenspiel und erhobenem zeigefinger auf den unglücklich die mitte behauptenden häsli los trau mi net erwiderte herr häsli ängstlich und sehr verschüchtert aber mit einem plötzlichen aufschauen und horchen das unsagbar drollig wirkte horm zu deiner alten sangen mutter und tochter indem sie ihn ausspotteten drehen ma lieber weiter no sangen alle drei und fassten sich bei den händen die musik hielt drohend das no aus trink ma nur an kalten sang die musik an kalten wiederholte herr häsli mit aufleuchtendem grinsen und persiflierte bauerneleganz die liebenswürdigkeit seiner damen war bezaubernd sie waren so recht in ihrem element und herr häsli machte also doch das kalb die musik aber hier begleitete nicht herr meyer sondern das orchester feierte eine orgie hörner piston baßklarinett tuba trommel und fagott schrien zeterten kreischten gröelten die schalllöcher der trompeten stachen wie sternwartenrohre nach allen seiten gelb in die luft sie spiehen musik die augen der bläser verdrehten sich und drohten als blanke kugeln aus ihren höhlen zu fallen die die disharmonien zerfetzten einander und herr fournier der für das ganze verantwortlich war gebärdete sich wie ein wilder kriegst dein murrer sowieso sowieso nickte herr häsli vergelstert das ganze lokal brüllte mit sowieso die damen kreischten auf weil sie sich in einer eigentümlichkeit ihres idioms erkannt sahen tu jetzt drauf vergessen lenkten frau häsli und ihre tochter ein mit ihnen die musik die plötzlich zartest und pianissimo wurde laß dey alte alte sei johlte die musik herr häsli improvisierte ein juhu das er mit einem freudensprung begleitete und schlug sich auf sein nacktes tiroler knie die wird die net fressen nett fressen wiederholte herr häsli mit teppischer sorglosigkeit begleitet von der magenerschütternd drohenden baßtrompete die wie der murrer der alten klang so daß herr häsli entsetzt und mit offenem mund nach herr fournier stierte der lächelte das publikum raste die rosenhecken wackelten einem herrn fiel der kneife herunter der totenkopf streckte die beine weit von sich und hielt sich den leib vor lachen annie bog sich vor lachen wiehernd auf die seite zu ihrem kavalier daß sich die köpfe berührten hoho brüllte die galerie flametti allein schmunzelte nur und jetzt begann der jodler hollo der roi hollo der roi schnackelten klatschten und plattelten die drei auf der bühne es war überwältigend so ein erfolg war noch nicht unerhört festrausch verbreitete sich das war stimmung jesus jenny rief fräulein amalie voller entzücken und doch kopfschüttelnd trau mi nett wie er das singt wie er das singt kassieren rief jenny rosa güssi und die soubrette rannten mit den muscheln los kassieren schrie jenny auch fräulein traute zu die noch immer am tische saß und nicht von der kasse wich fräulein amalie nahm die gelegenheit der pause wahr einmal hinauszugehen frau schnepfe stand auf um die häslis und flametti zu beglückwünschen gehen sie doch selbst kassieren antwortete traute gereizt aber schlicht gehst du kassieren oder nicht drohte jenny unterdrückt um keinen skandal zu machen ich habe hier aufzupassen antwortete traute was hast du hier aufzupassen sagte traute sie nehmen geld aus der kasse was tu ich lumpenmensch knirschte jenny und packte traute trotz publikum und konzert über den tisch beim kragen lassen sie mich los rief traute ich habe den auftrag aufzupassen ich habe gesehen wie sie dem pianisten geld zusteckten ich kann aber jetzt auch gehen wenn sie wollen ich habe keine lust mich von ihnen misshandeln zu lassen sie werden das weitere sehen sie sind abgesetzt sie machen für uns die kassiererin so lange bis wir uns eine andere nehmen max rief jenny und fegte hinter die bühne max ganz hysterisch das war ihr zuviel man wurde aufmerksam reckte die hälse traute zuckte die achseln mitleidig und schnickte mit dem kopfe da spürte jenny eine hand auf ihrer schulter und drehte sich um der freund aus baden stand hinter ihr auch er war gekommen soeben hatte den steifen noch auf dem kopf den regenschirm hängend am arm schnurrbart kurz aufgekräuselt paletto zugeknöpft teilhaber der firma seidel und sohn wäsche en gros na was gibt's denn jenny fragte er ruhig begütigend ach guten abend faßte sie sich nichts weiter setz dich doch her sprach er zu ihr hing paletto hut und schirm an den haken und setzte sich seinen smoking glättend zum künstlertisch nichts nichts versicherte jenny na siehst du meinte herr seidel stolz auf die suggestion die auszuüben er sich befähigt fühlte traute ging selbstgefällig in die garderobe sie hatte es ihr gegeben dieser bordelldame flametti kam und fragte ein wenig unsicher was gibt's und begrüßte herrn seidel frau häsli saß bei direktor ferriero siehst du dort zeigte jenny auf das verhandelnde paar meinetwegen zuckte flametti die achseln wer kassiert rosa güssi und die soubrette wo ist die traute in der garderobe gut sagte flametti sehr in gedanken und setzte sich aufgedunsen und abgehetzt an donna maria joseffas tisch das ist ja fabelhaft glückwünschte herr faroli der kunstreiter und schob flametti einen cognac hin na ihr habt euch ordentlich rausgemacht jo meinte flametti wegwerfend stürzte den cognac stand auf und begrüßte miss ranovala das lokal war jetzt überfüllt wenn das orchester spielte verstand man sein eigenes wort nicht mehr herr arista war ganz vergebens bemüht sich geltung zu verschaffen nur immer raus damit nur immer raus damit sang er in hohem diskant ein schleppkleid trug er reichlich mit spitzen besetzt seine allüren waren von jener holzigen grazie alttoskanischer edelfrauen aber man hörte ihn nicht vergebens kämpfte er gegen das laute interesse der animierten habitués man sah nur die gesten die zu besagen schienen dass er sich übergeben wolle man fand es deguthand so sehr dandy war man schon daß man die aristokratie im großen und ganzen gelten ließ es bedurfte so peinlicher hinweise auf deren materialismus nicht um ihn abzulehnen es war indessen ein missverständnis die gesten des herrn arista bezogen sich auf seinen busen ganz und gar nur auf seinen busen von dem das couplet von a bis z handelte damen 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 stellte er dar aber eben man verstand ihn nicht herr pips gab die anschauung von sich ein damenimitator überhaupt sei ihm widerlich nicht fisch nicht fleisch komm doch mit mir mein auto steht draußen arbeitete herr seidel von der firma seidel und sohn an jenny mein auto steht draußen du brauchst nur einzusteigen umziehen indianer drängte flametti vorn bei der rampe jetzt kommt's sagte engel zu annie einen moment über ihren tisch gebeugt mit aufgestützten händen und ohne rücksicht auf den zigaretten rauchenden kavalier na es ist ein erfolg sehen sie die kleine soubrette sagte frau schnepfe zu mutter dudlinger wie die kassiert die versteht's das ist dein geschäft geschäft glänzend erwiderte mutter dudlinger ganz verfettet doch freundlich sympathisierend flametti war ja ihr vorzugsweise begünstigter protege der totenkopf und seine schwester aber standen auf mit zwei kavalieren die etwas wüst aussahen und verließen ostentativ das lokal ostentativ bezüglich einiger ihrer kolleginnen die denn auch nicht ermangelten den abgangsspitz zu glossieren dröhnte die musik und herr direktor faroli vom zirkus donna maria josefa ein pferdekenner wie kein zweiter flamettis erklärter freund kam aus der garderobe steifte sich auf vor der rampe klopfte ans glas und sprach meine verehrten herrschaften sie erleben jetzt die sensation dieses abends unser freund flametti wird ihnen jetzt seine von st rotta bearbeiteten indianer vorführen gestatten sie mir mit kurzen worten meiner freude über den wohlgelungenen abend und meiner bewunderung für unseren verehrten flametti ausdruck zu verleihen die indianer welche gefühle durchwandern unsere brust beim klang dieses wortes welche ahnungen entzücken das herz welche hoffnungen und erinnerungen liegen darin begraben der rausch unserer kindheit die freude unserer mannbarkeit wer hoffte nicht selbst als indianer die gefilde unserer heimat zu durchschweifen wem zuckt die hand nicht nach feuerwasser dem bowie messer nach dem skalp unserer feinde die damen lächelten holpt die augen ihrer freunde blitzten verständnissinnig verlegen wir alle kennen die namen unserer unterdrücker ich brauche sie nicht zu nennen herr detektiv steix der auch von der partie war zog sein notizbuch heraus und notierte sich etwas wir alle lieben die freiheit die pferde den wigwam den kriegspfad das alles sehen sie in den indianern die unser verehrter freund ihnen jetzt vorführen wird sie sehen sogar noch mehr rache und vergeltung im jenseits unterdrückt von der brutalen gewalt der eindringlinge müssen sich die indianer verstecken in urwald und sumpf zwischen nattern und schlangen das sind wir lieber leser das sind wir teure freundin die luft unseres stillen quartiers wird mehr und mehr erfüllt von den klagen der opfer die sich die polizei heraus greift das volk der indianer geht dem verfall entgegen doch dort oben in dem ew'gen jagdgebiet singt der indianer volk sein siegeslied und so schließe auch ich mit dem ausruf doch dort oben in dem ew'gen jagdgebiet singt der indianer volk sein siegeslied in diesem sinne erhebe ich mein glas und stoße an auf das wohl und gedeihen das glück und genie unseres einzigartigen flametti erlebe hoch herr faroli der ungar hatte sein glas erhoben und leerte es in einem zug flametti der häuptling hoch flametti flametti tobte das publikum man stampfte und johlte der vorhang hob sich leer war die bühne und die indianer fanden statt erst die ouvertüre mit den worgelnden donner und blitzakkorden dann der kriegspfad die letzten von dem stamm der delawaren die kriegerscharen der delawaren dann der zweite vers wenn man das letzte uns genommen wenn unsere besten umgekommen ziehen falken aug und feuerschein zum großen geist dort oben ein dann heben sich die roten brüder zu neuem reich und glanze wieder und es erreicht das blaßgesicht für seinen raub ein strafgericht dann der dritte vers den herr faroli als ausklang zitiert hatte und dort oben in dem ewigen jagdgebiet singt der indianervolk sein siegeslied einmal wieder ziehen wir noch auf kriegspfad einmal noch wenn der tag der rache naht und die lichter im saal waren verdunkelt und die indianer flametti jenny die soubrette fräulein rosa fräulein güssi und fräulein traute schwenkten die roten laternchen in hohem federschmuck und sangen so monoton klagend so herzergreifend verschollen das fräulein amalien und mutter dudlinger die tränen in die augen traten das herr meyer plötzlich glaubte er habe falsch gespielt und infolgedessen für einen moment wirklich daneben griff das engel beim vorhang seine erregung nicht anders mehr bemeistern konnte als indem er zitternd eine zigarette anzündete und herr faroli der wieder bei donna maria josepha saß ein über das andere mal ausrief macht er wirklich hübsch der flametti gewiss hätte jetzt auch herr rotter seine freude gehabt denn die nasen besonders die flamettis waren überraschend gut geklebt und für den dritten vers hatte sich max eine so prachtvolle apotheose ausgedacht er allein stand aufrecht die weiber knieten mit gesenkten köpfen und lanzen um ihn herum dann sprangen alle auf ganz vor an die rampe in einer reihe und drohten mit geschwungenem tomahawk dass auch der stumpfeste batzenbengel solcher auffassung unübertrefflichkeit hätte zusprechen müssen besonders die damen hielten sich über erwarten gut es war ein runder glatter erfolg flametti flametti feuerschein schrien die roten brüder als der vorhang fiel und sich noch einmal hob herr faroli in vehementem enthusiasmus ging klatschend bis vor die rampe donna maria josepha winkte mit flatter hand mutter dudlinger die so selbstlos den fünfzig frankenschein vorgestreckt hatte strahlte ein strahlen das über das ganze lokal hinstrahlte miss ranowalla de singapore speckiges wunder stand auf und ließ ihre beschatteten augen schweifen sie empfand die exotik dieser indianer als eine ihr ganz persönlich gewidmete ovation und flametti verbeugte sich bärig lächelnd mit leuchtenden jungens augen ob all dem glück und erfolg ende von abschnitt zehn gelesen von eva k abschnitt elf von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes kapitel vier die musik intonierte wie auf verabredung den missouri steppe von engel mit selbstgefertigtem plakat zu bewußtsein gebracht bobby zog seinen sommerpaletto aus und paradierte in glitzernd zur schau gestelltem eidechsenkostüm flametti flametti feuerschein raus tobte das publikum immer noch und flametti musste allein erscheinen kühn leuchtend und groß stand er inmitten der bühne der lavare von kopf bis zu fuß hält dieses abends würdenträger und häuptling seines reviers nach der kassierung aber kamen die dienstbaren geister vom krokodil und umgebung und räumten mit hilfe des publikums die rosenhecken weg soweit sie im wege waren ein anstoßender zweiter saal wurde geöffnet eine vermischung des varieté ensembles mit dem publikum fand statt es wurde getanzt nein jenny was ihr für ein glück habt rief raffaella ich muß mich ein bißchen zu euch setzen und sah jenny träumerisch in die augen fräulein raffaella stellte jenny vor herr seidel mein freund aus baden fräulein amalie frau schnepfe und raffaella da jenny gerade damit beschäftigt war die kassierung nachzuzählen was für ein glück ach raffaella seufzte jenny wenn du wüßtest was macht er denn flüsterte raffaella und jenny unendlich traurig die hand am munde dann abwinkend ach ich will lieber schweigen herr seidel aus baden zwirbelte unternehmend mit disziplinierter eleganz seinen schnurrbart er stützte die hand auf den schenkel der ellbogen stand weit ab boston rief der tanzordner und rutschte mit schleifenden füßen durch den gebohnerten saal frau schnepfe schüttelte den kopf ob solchen tumults fräulein amalie den rücken an die wand gelehnt streichelte ihren zwergpinsch mit der gepflegten haltung einer dame die in der hofloge sitzt flametti noch im indianerkostüm ging durch den saal und quittierte mit seiner stattlichkeit renommierend die flüssig ihm dargebotenen glückwunschbeweise man befühlte die lanze die lederhosen den halsschmuck auch herr c tipfel von den sundarinseln war da du possierst mit flametti warf bobby der treulosen traute vor mit der er seit wochen in zünftigem briefwechsel stand sie standen beim vorhang ich hab es gesehen er hat dich ans bein gefasst als du die treppe hinauf gingst ich hab auch gesehen wie ihr getuschelt habt miteinander dummer fatzge gab traute zurück was bildst du dir eigentlich ein bist ja zwei köpfe kleiner als ich willst du eine frau ernähren na schön sagte bobby und musterte sie von oben bis unten pfui teufel er nahm seinen regenschirm zog den paletot an sagte grüezi und ging in den hopfenzwilling ach raffaela sagte jenny du glaubst es ja nicht aber wart nur ab ich werde mich revanchieren die soubrette kam an den tisch na fräulein sagte herr seidel freundlich was trinken sie die soubrette zierte sich einen eierkognak hey fräulein hielt er die kellnerin fest einen eierkognak die soubrette nahm platz laura heiße ich fräulein laura hübscher name sagte herr seidel und legte den arm um ihre stuhllehne jenny entging es nicht sie hatte die kasse gezählt und winkte flametti da nimm hundertneunzig franken flametti schob das geld mit gekrampfter hand in die hosentasche und fühlte sich verpflichtet eine weile stehen zu bleiben wo ist die traute fragte jenny was weiß ich wo die traute ist fuhr er auf sie wird tanzen jawohl fräulein traute tanzte in ausgelassenem vorüberschieben warf sie flametti einen kokett auffordernden blick zu hei flog ihr kopf in den nacken ja ja die jugend träumte frau schnepfe resigniert uff schnaubte flametti das war eine hetze jetzt lief es von selbst vorbeischob herr scherrer handlungskommie aus wien mit fräulein rosa vorbeischob herr glatt turmhoher stehkragen handlungskommie aus der mark brandenburg mit fräulein güssi vorbeischob herr pips mit der hüftengewaltigen lydia vorbeischob der herr krematoriumfritze mit der feldgrau das ist der andere flüsterte jenny vertraulich raffaella zu schwer reich der spendiert nachher sekt immer französischen sekt er tut jetzt so als sähe er mich nicht stattlicher mann gab raffaella sich mühe es schien ihr ein wenig drauf anzukommen jenny die ruhe zu nehmen aus der garderobe kam als der letzte herr meyer er hatte die noten hinaufgetragen unschlüssig blieb er stehen jenny's gespicktes portemonnaie in der tasche das ihm bei jedem schritt wie ein klotz an den schenkel schlug ach herr meyer sagte jenny und streckte sich über den stuhl zu ihm hin geben sie her es ist nicht mehr nötig und ließ das monstrum von portemonnaie das meyer ihr gleichgültig gab in den busenrutschen und herr meyer trat zu flametti sah in das gewühl und meinte pfui teufel ist das eine hitze und den walzer tanzte auch mutter dudlinger sie hielt den herrn pips fest um die taille gefaßt und drehte sich auf den zugstiefeln herr pips aber drehte sich wie ein trabant um die sonne meistenteils war er verfinstert und engel machte auch jenny mama seine aufwartung animiert wie mans werden kann er hielt aber glatt einen korb ach der engel lächelte jenny mama und noch um ein uhr kam ein rudel studenten holländische forsteleven die schoben und pfiffen und klatschten dazu und hatten eine eigene laute dabei und stellten das ganze lokal auf den kopf wer dem indianer feste nicht bis zum ende beiwohnte und wer jenny nicht kannte erlebte am nächsten tag überraschungen flamettis erfolg war unbestritten und galt ihm allein nur ihm er wurde gefeiert in allen tönen aber gerade das vertrug jenny nicht gerade das lehnte sie ab sie konnte in ihrer offenbaren beschränktheit nicht einsehen dass für flametti dieses indianerspielen ein bild ein symbol war ja eine lebensfrage begriff nicht wie ein vernünftiger mensch ein mann sich so kindisch benehmen konnte sie hatte kurzum keinen sinn für die illusion verstand auch nicht was der faroli gekauderwelscht hatte spielen wetten revolverschießen pariser apachen felsengebirge und honolulu ein ritt durch die wüste komanschen bluthunde und polizei das alles waren ihr spanische dörfer weltfremd war jenny und eitel dazu sie konnte für möglich halten das ganze fest sei nur für sie arrangiert gewesen flametti nur für sie für jenny mama geboren sei es indem er den diener machte wenn sie karotten einkaufte sei es indem er mandel und weiberl schnitzte fürs wetterhäuschen und ganz besonders für wickwams hatte sie gar keinen sinn sie hielt das für humbug in kleinlicher missgunst klammerte sie sich an äußerlichkeiten warf ihm gewöhnliche vielweiberei vor als ob sich ein mann seiner art von der fertigkeit eines einzigen weibes gefesselt entzückt und versorgt fühlen konnte flametti versuchte umsonst es ihr klar zu machen morgens um zehn uhr im bett sie verstand nicht also was heißt das setzte sie sich verbissen und leidenschaftlich im bett auf daß ich meine ruhe haben will erklärte flametti abschließend und drehte sich nach der anderen seite aber damit gab jenny sich nicht zufrieden so ließ sie sich nicht abspeisen klarheit wollte sie haben von wegen dieser person dieser traute der schlampen die nicht einmal wußte wozu die klosettschnur da war und die es doch wagte ihr dreist ins gesicht zu sagen man habe sie abgesetzt du mag's ich will antwort drohte sie wie ist das mit der traute mach mich nicht wild ich hab euch wohl tuscheln sehen gestern im krokodil gut es war publikum da aber heut will ich's wissen himmel herrgott sakrament laß mir jetzt meine ruhe setzte flametti sich ebenfalls auf was soll ich denn machen mit ihr was willst du denn soll ich vielleicht den heiligen spielen darf ich nicht meine nachtruhe haben plag ich mich immer noch nicht genug eine prügelszene im bett stand bevor gut sagte jenny laß nur sie wußte bescheid heraus sprang sie aus dem bett warf sich den schlafrock über und war schon im lattenverschlag traute raus schrie sie und packte die schlafende traute beim kragen pack deine sachen zusammen vorwärts marsch marsch und heraus aus der wohnung traute fuhr auf der ton der ihr ans ohr drang war zu energisch als dass es ein weigern gab schlaftrunken eben noch mit dem kommis aus brandenburg two step schiebend glitt sie über die bettkante herunter unterkleider und schuhzeug griff sie stürzte das tanzkleid über den kopf und bemerkte erst jetzt worum es sich handelte raus wohin fragte sie erstaunt raus aus der wohnung raus auf die straße ins arbeitshaus wenn du lust hast nur raus und zwar sofort oder ich hole die polizei große augen machte fräulein traute arbeitshaus straße polizei was war denn passiert was war denn geschehen warum wieso was hatte sie denn getan sie bekam's mit der angst verstört und verdattert riß sie die augen auf ihr mund hing schief zitternd und bebend beeilte sie sich ihr kleid zu schließen was hab ich denn getan ich habe doch nichts getan stotterte sie du wirst schon wissen was du getan hast schrie jenny fort sag ich dir raus nur raus ich werde dir beine machen riß trautes sachen vom haken und warf sie ihr zu das andere kannst du dir holen lassen nur raus auf der stelle sie haben mich hier nicht rauszuwerfen flametti hat mich hier rauszuwerfen versuchte traute was hab ich schrie jenny jetzt vollends rabiat und keilte die künstlerin aus dem verschlag die hielt sich mit beiden händen fest an der tür die türe schlug zu zwei vasen mit binsen und klatschmohn fielen zerschellend hoch vom buffet nettchen der dacke schoß ein fauchendes krokodil mit zwei reihen sägezähnen hervor aus den sofafransen die mädel kreischten flametti im hemd mit haarigen beinen drang aus dem hauptfrauzimmer was gibt's denn da riß er die sklavin der hauptfrau weg hier gibt's eine kindsleiche wenn sie nicht rauskommt hilfe hilfe schrie traute als sei ihr der hals bereits abgeschnitten und rannte zum fenster bist du ruhig drohte flametti mit aufgeblasenen backen schon war die ganze nachbarschaft an den fenstern eine scheibe klirrte rauskommt sie arbeitete jenny willst du ruhig sein schäumte flametti ergriff das brotmesser das auf dem tisch lag und ging auf die frau los hilfe hilfe jenny stieß auf der flucht mit dem kopf an den spiegelschrank nettchen gurgelnd und seibernd sprang hoch an flamettis brust und verbiß sich im rot-weiß gestreiften baumwollhemd flametti kam zur besinnung und ließ das erhobene messer sinken machst du jetzt daß du hinauskommst funkelte er traute an und bedeutete ihr mit dem zeigefinger den weg und traute entsetzt in die enge getrieben lief heulend über das plüschsofa am rocke den wütenden hund nachschleifend nahm einen viertelfußtritt flamettis mit schrie zeter und mordio rannte die treppe hinunter zur straße und lief was sie laufen konnte die mittagstafel war schlecht besucht auch die häslis fehlten sie hatten kontrakt gemacht mit ferrero gestern noch spät in der nacht nach dem schackerl und fanden es nicht übertrieben flametti adiös zu ersparen